Die Tanki 90, diese Seite hat eine indische Pentatonik. Untertitelung des ZDF, 2020 Die andere Seite hat eine gälische Hexatonik. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer Interesse an einer Tanki hat, www.stephans-tankis.de Diese hier gibt es dort jetzt zu kaufen für 245 Euro plus Versand. Und wer eine gemacht haben will, ob ihr zilbern oder bunt gestaltet, meldet euch einfach www.stephans-tankis.de Die E-Mail-Adresse yes-wie-du-at-google-mail.com Alles Gute, bye!